Das ist nicht ein schönes Schiff. Fuck! Vielleicht bin ich jetzt gerade auf die Boos-Taste gekommen. Was ist da gerade an mir vorbeigeflogen? Nichts, Asti, alles gut. Sei nicht so paranoid. Ich hab noch irgendetwas gehört und in dem Moment ein Collider Alert. Da gab es doch mal so einen schönen Spruch von einem Film. Ich meinte, dürfen wir auf sie schießen? Nein, nur wenn sie auf uns schießen. Woran merke ich, dass sie auf uns schießen? Wenn es zischt, ist es schon ziemlich nah. Könnt ihr einfach aus dem unsterblichen Blackhawk Down sagen, äh... Ja, Blackhawk Down. Ernsthaft! Ernsthaft! Wer ist die fucking Reliant geflogen? Ich nicht. Try, du kannst es verzeugen, ich hab ihn nicht berührt. Äh, laut meinem Video schon. Also laut meiner Außenansicht hast du komplett das obere Flügel, bist du komplett gegen ihn geklatscht. Ja, du hast einmal versucht, meinen Frachtraum durchzuschneiden mit dem Flügel. Ja. Okay. Du kannst es... Aus meiner Ansicht bin ich... Es... Bin ich locker... 100 Meter vor deiner Nase... Äh... Weggestrefft. Ich wollte... Ah nein, jetzt hab ich das Kitterpillar Hut. Die ganze Zeit im Video drin. Das tut mir leid. Äh, ja. Okay. Ich flieg dann jetzt ein anderes Schiff. Ich kann auch nicht mehr drehen. Jo. Und du denkst sie in eine Kaffeebar? Ähm, ich bin mal ganz kurz, äh, was zu trinken holen. Mal kurz meine Frau noch was von mir. Ich bin nämlich wieder da. Ich versuche uns am Leben zu halten. Jo. 20 Sekunden später kommt er wieder und alle nur so, ah, oh mein Gott, ah, hilft uns! Löscht das Feuer. Das sind Piraten, wo kommen die denn hier? Wir sind bei Port Audisa. Ja, da sind Piraten. Feuer löschen auf Raumschiffen geht doch relativ einfach. Ja. Mach einfach auf. Genau, Fenster auf. So. So aufpassen, dass du dann die Luke nicht mit dem Peter zusetzt. Ich versuche jetzt einfach mal, äh, ich versuche mal als waghalsiges nämlich zu Cryerst zu fliegen. Okay, okay, ich glaube er landet automatisch. Ganzhaft. Nein, oder? Oder? Wo seid ihr denn hier zu? Oh, oh, oh. Ich bin gerade in P.O. gestartet und hab da so einen ***er sitzen. Äh, nicht so unfreundlich. Ja, doch, der sitzt mir genau im Blickfeld, dieses ***. Diese ***. Ah, ich flieg ein Stück Seife, ist jetzt auch nicht gerade besser, ja. Doch. Marshmallow auf Glatteis. Ja, ohne Witz. Was ist denn das? Ah, 3.6. Manuell aufgesetzt. Perfekt. Bumm. Ja, fast. Engine out, engine ausschalten. Kann mich mal bitte jemand hier runter schießen? Also nicht schießen im Sinne von schießen, sondern im Sinne von schubsen. Ah, ich hab nur noch mal Waffen reparieren. Sieht mich bitte jemand, hallo? Ja, ja, ich komm zu dir. Wo? Krebs auf einem Landepid rum. Vielleicht kann ich nichts tun. Äh. Äh. Jo, das war gar nicht schlecht. Das sah richtig gut aus. Ich warte mal noch, bis ihr das zu Ende gemacht habt. Das könnte gutes Bildmaterial werden. Stopp's. Stopp's nicht. Wow, 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 wow. Hoho, schönes Ding. Aber schönes Ding. Also ich geb wirklich Knallgas, ja? Knallgas strafe ab. Aber er hat sich irgendwie festgebracht. Dann flieg doch zurück. Flieg doch nach hinten. Ja, tue ich. Aber ich hab irgendwie wenig Steuern über mein Schiff. Alles, was ich tue, ist, ich lenke krass und er erschlittert irgendwie so ein bisschen. Ich lenke einen Stift Seife. Du schlägst so über dem Boden. Ja. Wir haben gleich die Kante erreicht. Wir haben es gleich geschafft. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nicht abschießen. Jetzt. Sehr schön. Okay, alle meine Waffen feuern wieder. Ich mach nur Waffentests, weil, äh, Dings mir eben zwar geholfen hat, aber leider hat mich das auch ne Waffe gekostet. Ja, ich hebe wieder ab, aber ich hab irgendwie bloß 5. Was ist das denn das? Bin? Moment. Landemodus, ja? Landemodus deaktiviert. Ich bin gekoppelt. Ich bin immer noch irgendwas, irgendwie ist ein Generator von mir kaputt oder so. Weil ich, ich fliege rum, als ob ich decoupled bin. Aber irgendwie bin ich, aber ich bin definitiv gekoppelt. Der steht da. Man sieht hier schön an meinem Indikator, wo mein Joystick gerade hinlegt, aber der zieht halt des Hasses nach. Könnte das vielleicht an mir mitliegen, aber wie gesagt, ich hab grad extreme Probleme. Du bist zu fett, ja. Das, 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 das irgendwas sagt hier, nee, will er nicht. Aber du, die rechte Düse qualmt, ne? Der rechte Antrieb qualmt immer wieder mal, ja, ja, ja. Ich würde nochmal aufsetzen und nochmal landen. Scheiße, 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 scheiße. Ja, nehm mal halt das nächste. Wir können nicht, äh. Ich kann, ich kann nicht bremsen. Ja, nehm halt das nächste. Oder das nächste. Oder das nächste. Oder das nächste. Du, da hinten kommt keins mehr. Ja, ich würde jetzt mal abgehen. Ich steig mal gerade auf Landinglet aus, ich hab keinen Hut mehr. Nein, ich kann, ich kann nichts tun, ich schwöre. Wir küssen gleich mit dem Arsch niemand. Nein. Aber was für eine Kinderbeangelegenheit, Alter. Oh Leute, herzhaft. Ich weiß nicht, was ich tun kann. Ich gebe Knallgas, ich schwöre und er ändert bloß so Meter für Meter. Ich lad das Ding hoch und eine Surrandomstar Citizen Bullshittery. Äh, ich, ich, ich glaub das Ding hoch. Ich, ich, ich lad das Ding hoch, nenn das, Rainer's. Das ist ein Bullshittery. Weil ich hab's gleich geschafft. Also ich bin wirklich auf Anschlagen. Beiden Joysticks. So, ich hab immer noch kein Hart, ich steh mal kurz aus. Ich steh mal kurz aus. Ah, ah! Ja, ich feiere meinen Ausstand, weißt du, deshalb steh ich aus. Das manche ja geradeval. Hochziehen. und neinich! Ja da duuchich! Ja nein! Warum habe ich das gefühl wenn ich mich jetzt herumdreh auf dem Landingpatch sehe ich dann mir eineomscheine stehen die voll auf das. Ich glaube wir mussten noch umgucken. nicht hinter bei dir as-zum hallo ihr habt ihr es da jetzt gar nicht ich lande das muss erst mal einer hinkriegt oder nicht denn du landest dann auf mir los du schlampe steigern gelandet ich sehe einen schatten über mir ich bin eins links neben dir gelandet ich bin froh wenn ich jetzt nicht in die station baller ich glaube das wird knapp das wird knapp das wird knapp ich hab's recht ich hab's rechtzeitig geschafft den scl den lande modus aktivieren glück durch den lande modus hast du mich jetzt mit 100 kamera sachen rausgeschleudert das tut mir leid aber ich musste die lande modus aktivieren sonst wäre mit dem flügel unten gegen gekommen kann nichts tun hilfe ich treibe ins nichts gerade nicht anders du hast wenig deshalb schießt langweilig ist ein freund soll ich mal zurückschießen hatte 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 hat und das war nur die flügel waffen ich habe noch drei mensch das kann das kann ich ändern jetzt bin ich dort das war eine volle salve aus allen waffen also wir halten fest die reliant ist ein sehr zerbrechliches schiff das sehr gerne dazu neigt generatoren zu belasten und das fliegen unmöglich zu machen bei geringsten beschädigungen